Hallo! Herzlich Willkommen zu meinem ersten Video. Ich mache heute eine Pancake Art Challenge. Alleine, weil ich keine Freunde habe. Hello darkness my old friend. Ja, also ich habe hier wunderschöne Sachen. Nicht alle brauche dafür. Bisschen zu viel Gelb, zu viel Grün. Aber kriegen wir schon hin. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. So, zuerst muss ich glaube ich den Teig machen. Warum geht das nicht auf? Ich bin stark. Will ich mal da rein. Scheiße, man muss das vorher schütteln. Oh mein Gott, ich bin so... Passt schon. Wir packen jetzt noch meine Befahre. Wir packen. Vielleicht in den ersten auch schon. Easy. Ich habe Angst, dass es ausläuft. Ich habe das Gefühl, dass da noch was festkippt. Jetzt gucken wir mal, ob der gut ist. Nein! Nein! Das kommt jetzt mal wo rein. Hier ran. Nur alles schön zur Seite stellen, ne? Da sind voll die Klumpen. So, jetzt ist alles super schön gefüllt. Kommt der Farbe ran. Übergelaufen. Ich will das nicht essen, weil ich muss. Oh, ich finde das so ekelhaft. Okay, ich rühre das jetzt mal um. Ich brauche 100 Stunden, um das alles da rein zu mischen. So, ich würde sagen, Rot ist fertig. Das unten geht einfach nicht. Ich habe es aufgegeben. Ähm, wunderschönes Rot. Ähm, ist das gut zu schütteln? Vielleicht kann ich es auch einfach schütteln. Vielleicht geht es einfach nur alleine. Warte mal. Einfach Revolution. Es geht ja tausendmal einfacher. Ihr lasst uns jetzt so ein paar Stunden. So, ich glaube, das hat keiner Lust, gründer zu werden. Das bleibt jetzt einfach so. Perfekt. Jetzt fehlt nur noch Gelb. So, kein Bock mehr. Ähm, jetzt muss ich mir überlegen, was ich daraus mache. Aber das werde ich auch freuen. So, jetzt kommen wir zu diesem wunderteilen Stück. Also, ich wusste, dass wir eine Kochplatte haben. Aber ich wusste nicht, dass sie so groß ist. Ich hoffe, es geht trotzdem. Ich hoffe, sie geht überhaupt ab. Das Kabel ist aber lang. Ich brauche noch einen Teller. Ich habe eh keine Lust aufzustellen. Egal, ich hole mir jetzt einen Teller. So, dann bin ich wieder. 100 Jahre später. Also, ich habe extra zwei Teller geholt. Wie geht dieses Teil überhaupt an? Es wird nie funktionieren. Soll ich beide Platten anmachen oder nur? Die ist ja einen halben Zentimeter größer als die andere. Wir probieren es mal mit der einen. Ist das gut, oder ist das zu wenig? Was will ich jetzt machen? Ich habe keine Vorlage. Ich kann Emojis nachmachen. Welche Emojis habe ich im Kopf? Keine? Super! Doch, ich habe eine Idee. Und zwar werde ich als ersten Emojis... Kennt ihr diesen Smiley? Diesen Herzen? Ich blende euch einfach mal ein. Den? Kennt ihr? Ne? Gut, den werde ich probieren zu machen. Ohne Vorlage. Ich weiß jetzt absolut nicht eigentlich wie der aussieht, aber... Ich weiß nicht, wie wir uns das halt nie im Leben auch brauchen. Oh mein Gott, das soll ja nicht reinfallen. Teil ist noch nicht mehr heiß. Ich muss dazu sagen, ich habe es schon mal gemacht, aber das ist auch gefühlt ein halbes Leben her. Ich glaube, ich nehme das danach mal raus. Jetzt habe ich das andere auf versaut. Also, ich mache gerade diese Herzchen-Darknissen-Emoji. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Pfanne nicht heiß wird. Zuerst noch den Mund und die Augen mal. Was wehst du von mir, Alter? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist ohne Vorlage. Die Smileys haben keine Nasen, oder? Für mich sieht der trotzdem falsch aus. Egal, ich werde den mal ausmalen. Warum spritzt das jedes Mal? Okay. Jetzt warten wir. Mal gucken, ob das irgendwann fertig wird. Oh mein Gott. Es wird einfach fest. Nur so ein Mini-Benzchen. Mal so sitzen. Oh mein Gott, es läuft runter. Ich wage es. Vergiss es. Es brutzelt einfach. Aber so leise, dass man das nicht hören kann. Ich will das rum. Der wird so faltig und schrumpelig. Kann ich den auseinanderreißen, wenn ich den hier nicht hochnehme. Oh mein Gott. Er zerreißt. Oh mein Gott. Er ist komplett in der Ecke. Ich kann ihn nicht hochheben. Zerrissen. Nur so zum angucken. Das ist der. Ja. Beautiful. Ich kann es euch einfach so zeigen. Es sieht einfach scheiße aus. Okay. Es ist einfach verschrumpelt. Hässlich. Ich bin keine Ahnung wie aus. Der kann einfach raus. Heißt dann auch so. Hier. Mal wunderschön. Mein Ergebnis. So wie er eigentlich aussehen sollte. Guck, ob er wenigstens schmeckt. Boah, das schmeckt voll geil. Jetzt habe ich Hunger. Ich muss weitermachen. Also. Was kann ich noch machen? Einen Regenbogen. Einen Regenbogen. Einen Regenbogen. Einen Regenbogen. Ich mache einen Regenbogen. Unten ist beim Regenbogen doch rot, oder? Ich kann nicht mal den Regenbogen Emoji einblenden. Aber. Ich habe ja nicht einen Farb so. Egal. Wieso? Ich habe das Gefühl, die Pfanne ist wenigstens ein bisschen warm. Kann ich das zeigen? Rutscht das? Nein, es sieht so aus. Ich drehe das jetzt einfach um, auch wenn es komplett zerstört wird. Das wird einfach nur eine Matschepampe. Also. Es sieht halt einfach nicht aus wie ein Regenbogen. Ja. Von der anderen Seite geht es jetzt sogar. Es geht sogar. Es geht. Es geht. Also. Hier. Haben wir. Irgendwas. Ich probiere. Einen Pfannkuchen zu machen. Ein Pancake zu machen. Der. Nicht verrunzelt. Ich wollte schon gerade sagen, wie gut aussieht. Aber. Das kriege ich ja nie hin. Ich mache einen Lippenstift. Wieso? Keine Ahnung. Von hier aus sieht es okay aus. Oh mein Gott. Der brät ja einfach durch. Es sieht aus, als könnte es sogar direkt und gut werden. Und was sagt der Lippenstift? Es sieht halt aus, als würde es schon langsam anfangen, gut zu werden. Okay. Jetzt muss ich wirklich noch warten. Wow. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott. Also es sieht halt trotzdem nicht gut aus. Aber es ist schon besser, als diese anderen Sachen, die ich gerade gemacht habe. Was kann man machen mit Grün? Was sagt mir ein Grün? Pflanzen. Ich kann eine Palme nehmen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich mache einfach eine Palme nehmen. Und der müsste jetzt auch, glaube ich, schon mal fertig sein, oder? Wunderverlässig. Und der Lippenstift. Yay. Ah, das reicht. Öffne euch jetzt eine Palme. Mit Umrahmlung. Und jetzt mal wieder warten. Ich muss euch noch zeigen. Läuft es? Nein. Es sieht so aus. Kann man es sehen? Also die Palme ist so schräg. Hm. Ich habe eine Idee. Ich mache einfach gleich noch eine Palme. Und dann gucke ich, wie viel besser geworden ist. Ich mache eine jetzt mit Umrahmlung, oder mache ich gleich noch eine ohne Umrahmlung. Also ich muss sagen, es sieht okay aus. Okay heißt das hier. Also man erkennt, dass es eine Palme ist. Also finde ich. Das heißt, ich werde jetzt die nächste Palme ummachen. Okay. Mal gucken, wie das wird. Die sieht jetzt so aus. Ein bisschen über Kopfnärz. So. Man sieht. Sieht man es? Vielleicht? Ich lasse sie beraten. Mal gucken, was draus wird. So. Ich denke, ich könnte jetzt probieren sie umzudrehen. Wow. So wunderschön. So. Ich habe jetzt zwei wunderschöne Palmen. So. 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 Ich würde sagen, ich beende das Video hiermit. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.